Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Ich bin heute mit Emre. Sag mal Hallo. Hallo. Kriminelle, nur drauf am Buch unterwegs. Ich weiß, ich bin öfters kriminell, aber muss sein. Let's go. So, lass mal als erstes ausrufen. So, was ist das? Ich glaube Jubilie, oder? Ja, Jubilie. Okay, dein Bruder kann gerne mitmachen mit dem Baby. Er ist jetzt gerade mit seiner Mutter weg. Auch mit deiner? Ja, mit meiner. Ja. Okay, los geht's. Ich habe nur Waffen, aber ich habe nur Waffen. Ich könnte mehr Metallschling machen. Soll ich? Ich weiß, für Nahkampf. Bei der Waffen bin ich nicht so gut. Ich habe extra, hier, guck. Fernbedienung. Hey, wie... Wie kann ich so gut bei Dings Waffe sein? Ich? Ich bin schon krass, ne? Leute, du bist krass. Oha, es gibt nichts mehr. Ja, ja, ja. Mane, nimm. Mane, nimm. Oha, komm mal auf. Ja, da wo ich gerade bin, auch. Ey, das ist nicht sein Ernst. Warte ich, wo man es weiterkommt. Was ist mit dem? Ey, das ist nicht sein Ernst gewesen, Digga. Oha... Nein, lass, 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 lass. Lass das mal, bis mal, dass ich wieder lebe. Er ist hier, er ist hier. Er kommt zurück. Nein, 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 nein. Tötet dich. Tut ihn. Ja, tut ihn bei dich. Oh, sorry. Das war ausversichtlich, ne? Okay, ich werd eh schon wieder halt. Ich würd dich nicht töten. Ich würd dich nicht töten. Oma, ich würd dich nicht töten. Bleib hier, bleib hier, bleib hier. Ja, 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 ja. Ich steh wieder, ich steh wieder. Der Hund erregt ab, okay? Komm rein! Komm rein! Das ist nicht dein Ernst, oder? Ja. Er schießt, er schießt! Ey, töte ihn, töte ihn, töte ihn! Warte, warte, warte. Ich kann nicht überleben, hä? Bro9, ne? Tja! Tja, tja, tja! Du bist Ergelmann, du bist Ergelmann! Nein, schon. Nein, ja, ja. Nein, er wird dich heulen. Wie viel Kopf eigentlich? Da vorne war es noch zwei, ne? Ja. Jetzt sind es drei. Nein, es wird dich wieder verliehen. Nein, es wird dich verliehen. Immer einen! Ey, ich! Warum will er mich töten? Warum will er mich töten? Ich weiß nicht. Ich habe einen Daumen gemacht! Manuel, Manuel! Mach schnell! Warum lebst du nicht mehr? Ich brauche Hilfe! Er hat nicht den anderen wiederbelebt, oder? Was soll ich machen? Hey, ich habe... Guck was ich mit... Manuel, Manuel, Manuel! Hä? Mach schnell! Guck was ich mit dem gemacht habe! Der... Mach schnell! Ich bin schnell! Ja, ja, ja! Warte, 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 warte! Komm ins Auto, komm ins Auto! Oh, oh, oh! 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 Ich will auch ein paar SchlECKE! Ich hab 12 guckt genug! Nee, ich nehme... Dass du sag ein bisschen Kr 떨waffe! Ja! Er nimmt Waffe, oder? Er nimmt Waffe! Er nimmt Waffe! Er nimmt Waffen! Geh-he! Noch einen! Waffe, ich nehme ich... Ah, Budi, ich muss noch tanken. So, es ist wieder heilig. Boah, ich hab den Kopf und den Kriminellen umgebracht. Wie bist du so gut? Keine Ahnung. Bei Dings, bei schießen. Ich bin einfach krass. Ich schieß einfach irgendwie, Maus, alles. Ja, wie? Keine Ahnung. Ich bin mit 10, ich bin mit 10. Ja. Ich bin auf Laptop. So Leute, es war echt schnell. Wie heißt der Kanal auf Dings? Ah, mit 10. Okay. Was? Manuel C. Okay, warte. Manuel Z wie Zebra, EH. C. Manuel C. Ja. Ist der Kopf? Oh, oh. Manuel C. Bro, du warst Dings. Ja. Ja. Ich guck gerade. Du. Yo, live. Das hört sich so. Ja, ja, ja. Lutho Pornburg. Jetzt hab ich alle gekehlt, ne? Du bist bei allen nur Dings Korb. Nur bei allen bist du, ah, der C. Ja, bei manchen. Ey, lass die mal kriegen, komm. Ich guck mal, warte. Geh, geh, geh! Bitte hilf! Na Scheiße! Wo bist du? Nein, endlich ist mein Verscheid! Oh, okay. Komm, 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 komm! Komm, komm, komm! Komm, komm, komm! Ich guck. Oh, ja. Steig. Komm, lass die. Ich bin hier 5 Kalor drin Ja okay Jo, er macht mich raus Oh nein, ja Nein, meine Boku, ich lock dich Okay, ich bin nicht schön fest Er hat Taser, er hat Taser Er hat Taser Er kann mich mal mit dem Taser Guck, wo Boku ist Taser Wo ist der? Was? Er ist dumm Er denkt, er kriegt mich Er soll nicht raus Ja, ich töte dich ohne Spaß Was? Töte dich nicht Ich brauche jetzt gar nichts zu schreißen Er tut mich raus Er macht dich raus Guck mal, er hat Angst 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 Komm mit Taser Komm mit Taser Taser mich Taser mich Er hat nur Taser wahrscheinlich Jungs growing up Er schlagt nicht oder Mach nicht Oh Wum Jungs Wum Ich 지merle Ja Wum carbohydrates Pass auf! Ich kann ihn nicht treffen! Pass auf! Blum, lass kommen! Der ist kommen! Der ist in seinem Kopf! Ich schwör, ey, der kommt mit! Er sieht, was er davon hat! Jetzt sieht er, was er davon hat! Im Augenblick, nein! Kannst du einmal zeigen, gerade so? Nein, 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 das ist lecker! Wie? Wie? Komm, das tut mir! Und dann mach ich wieder hoch! Warte, warte, warte! 8k, 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 ich gebe dir 8k! Mach doch witzig! Geht gar nicht! 400k! 400k, bitte! 400k! Du darfst kein Deutsch! Was machst du denn? Das ist so unqualitativ ohne Spaß! Marmel, kannst du mir ein paar Robots geben für diesen Rennpass? Ich hab den nicht! Was für Rennpass? Warte, warte, wie heißt das denn? Ändern 4 Rennpass! Was? Mit dir im Pass kann man länger laufen! Ich hab nur 4! Ich hab nur 4! Und man kann keine geben! Kannst du mir einen Account, Account? Nö! Ich geb dir jetzt Geld! Warte, ich hab nur 6 Fahrzeuge! Oh, ich geb dir! Spaß! Ich hab alle Autos gekauft für Lambo! Ja, ich auch! Erst hab ich Bugatti, aber ich wollte unbedingt auch noch Lambo dazu! Ich hab die, die ich vorgeschaltet hab und diesen ersten! Und dann auch einziger! Ich bin doch hier! Ich bin 30 und hier! Ich mag die Leute nicht, echt! Lass morgen auch diese Dings! Lass morgen live sein! Ich kann morgen nicht! Ich hab morgen zu tun! Morgen kann ich leider nicht! Ah, wahrscheinlich nächste Woche erst wieder! Ah, nächste Woche kannst du ja nicht, ne? Ähm, ja... Ich kann heute Abend... Ich kann heute Abend... Ich kann heute Abend live gehen! Okay, ey, weißt du... Ähm... Ich bin dann... Ja, du musst warten, okay? Lass mich nicht, okay? Ja, alles gut! Erst mal rauchen wir jetzt überaus! Hast du deine Schwester? Nee... Spaß, ja... Leider! Jetzt komm, jetzt komm! Achtung, Achtung! Hier ist dein Kopf! Ah, komm, Tater, komm! Das ist auch... Ich hab einen Hamster-Skin! Ich hab äh, Q-Skin! Ich hab äh Q-Skin! Und Spasser! Und Äh, Eichhundchen... Und Äh, Eichhündchen! Mach! 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 Da woh-ich drauf! Achtung, Schack, Schack! Er kriegt mich! ich habe jemanden, ich bin drin, ich bin drin wir holen jetzt wieder Waffe, ok? wie viel Geld hast du? er ist gestorben wie viel Geld hast du? er ist gestorben, wir können weiter auskommen Digga, warte ich hol aber kurz Sniper Metallschläger G36 die Feuerwehr wie hat er mich gerade erschreckt? ich habe alle Sachen alle Wochen? ja, nicht alle die Sachen ich brauche jetzt, komm rein jetzt holen wir weiter aus warte, ich nehme mit der Schläger fertig, ich habe einen 3K soll ich auch mit dem, oder? ne, ja, ist gut jetzt kriegen die Cops was zu tun Leute, wenn ihr neu seid Leute, wenn ihr neu seid dann abonniert meinen Freundeskanal ja, er heißt ProGamer ich mach meine jetzt er macht nichts er hat ihn geschnappt er hat ihn gut das kommt das kommt ich muss ihn taten ja, mach du ich mache ausrufen wir wollen ja auch Geld verdienen hat er dich ja ich gebe dir alles gut ich mache auf ich beschütze ich mache draußen alle da unten ich habe es war alle drei aber kein kopf ich habe sie geschlagen du musst jetzt gegenseitig geschlagen hier nehm einen draußen ist alles leer alle wurden gekehlt egal, alles gut komm wir steigen jetzt ins Auto und das bin ich nicht, das ist sehr geil krass 16 Minuten 16 Minuten geht die Aufnahme schon schon krass daraus habe ich ein bisschen Geld wieder gesammelt ist das live oder ein Video? Video ok wir machen jetzt was was machen wir? wir machen jetzt Bank wow krass natürlich hast du Bombe? ja ich hab ich hab 98 hast du Bombe? nein ok gut ja jetzt geht er rein komm komm mit komm zu unleern jetzt geht's los ich hab einen Diamant ok die wurde schon nein oh wir töten den Kopf wir töten den Kopf jetzt na na Kopfhörer ja aber der haut ab der hat Angst ich hab extra Family nein wir warten jetzt wir warten jetzt bis die Bank grün ist schafft das nicht nein da ist dieser Typ wieder ja ja passt lieber auf ne so wir gehen jetzt gucken ob wann grün ist ich glaub die äh der Lambo hat schon ausgeraubt safe es ist grün es ist grün der hat auch Kürge gemacht ich brauch jetzt noch Energy aber du machst die Tür auf du machst die Tür auf platzierst Leiter und ich und ich raube aus kriegst natürlich kriegst natürlich auch was Leiter platzieren ok sehr ich nehm mir einen mach ich das da auf nein was auch polizei 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 er hat mich er hat mich Hilfe Hilfe er hat mich schön schön er hat er rennt er rennt Richtung Auto Richtung Auto er kam er ist nicht beim Tresortür jetzt ist er draußen das ist ein Noob Cop jetzt steckt er mich in sein Auto schließen ab schließen ab ok ich würd sagen das war's mit dem Video ich hoffe hat euch gefallen wenn ihr alle gerne like und abo da dafür würdet mich riesig unterstützen ich würd sagen ciao ciao bis bis bis